Hallo Fafel! Hallo Fafel! Hallo Fafel! Hallo Fafel! Hallo Fafel! Tor! Tor! Ja! Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zum nächsten Stadionvlog hier auf Thiele Football. Natürlich wäre es schön, wenn wir die erste Szene vom Stadion machen könnten. Das wird aber noch leider ein bisschen dauern. Wir sind gerade irgendwo auf der A2. Wir haben schon einige Schalker gesehen, das war schön. Aber wir kommen alle nicht gut voran. Wir haben gerade halb fünf, sind Stand jetzt um irgendwann sechs Uhr da. Ich hoffe, wir werden Simons Tiroles Tor zum 1-0 sehen. Denn ich bin noch nicht allein unterwegs. Hier, ich muss mal eben die Kamera drehen. Da der gute Herr Otto ist mit dabei und da hinten meine Schwester auch noch. Und, also zwei Schalker und so ein Dortmunder, der heute mal als Hannover-Fan tut. Wir sind auf dem Weg nach Hannover. Ich hoffe, wir kommen an. Und dann gibt es gleich die ersten schönen Bilder vom Stadion. Also für euch ist es ein Sprung von drei Sekunden von uns. Hoffentlich nicht von zwei Stunden. Deswegen abonniert gerne den Kanal für mehr Stadion-Vlogs. Und dann geht es jetzt für euch rein in die HDI-Arena. So, wir sind in Hannover. Ja, wir haben halb sieben. Ja, richtig, halb sieben ist Anschluss. Ich glaube, die Kamera wackelt gerade, wie sie will. Ist mir aber auch egal. Weil wir haben es eigentlich, das Schöne ist in Hannover. Es gibt Parkplätze auf einem gewissen Schützenplatz. Da ist auch die Kirmes. Frohe Mahlzeit. Also, eigentlich ist Kirmes ganz cool. Können wir einen trinken. Wollen wir aber nicht. Wir wollten da parken. Jetzt stehen wir ganz woanders als Hannover. Ich bin Schalker. Und durch den Beispiel an der Arena, da kann man wunderbar parken. Ätzend. Also, das Einzelnen von Tirode werden wir wahrscheinlich verpassen. Wenn es fällt, ist es aber auch egal. Und jetzt geht es ab ins Stadion. Und jetzt geht es ab. Ohne Schalke wäre gar nichts los. 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 Geil! 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 Also, Halbzeit hier. Wir sitzen eigentlich im neutralen Block, aber wir haben noch schön zum Schalke-Block gemacht, alle stehen hier. Sehr, sehr geile Stimmung. Tor von Tirotte fehlt noch, kommt aber noch. Zweite Hälfte wird gut. Meine Liebe, die Rimmhalsende. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Schalte! Deutsche Meister! Und er holen den Kogal! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Schalte! Deutsche Meister! Und er holen den Kogal! Ah, wo bleibst du denn? Komm! Komm jetzt rein! Schieß doch! Schieß doch! Ohhhh! Ja, komm! Schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Jawoll! Schieß doch! Schieß doch! Komm! Rein damit! Schieß doch! Das war ich an die Bande. Dann kommen wir jetzt weiter mit! Komm! Tor! Jaaa! Jaaa! Klara! Klara, what are you saying! Klara! 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 Jaaaah! 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 Champagne! Jaaaah! 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 выход runter! Jaaaah! Jaaa! 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 Meine Scheiße! Oh Mann! Jaaa! 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 Das ist gut! Jaaa! Jaaa! T 1995 98 Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja!